Hurra! Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ist Ausrichterin der Bundesgartenschau 2025. Am 26. Juli diesen Jahres reichte Oberbürgermeister Roland Medling offiziell die Bewerbung für die Buga 2025 ein. Laut inoffiziellen Meldungen aus dem Rathaus fiel die Entscheidung für Rostock bereits am 28. August. Eine offizielle Bekanntgabe erfolgt am 10. September. Jochen Sander, Geschäftsführer der Deutschen Bundesgartenschau, wird den Bescheid dann an Roland Medling übergeben. Mit dem Großprojekt sollen rund 113 Millionen Euro in die städtebauliche Entwicklung des sogenannten Rostocker Ovals an der Unterbahnhof fließen. Zusätzlich sollen ein neues Theater und das Archäologische Landesmuseum in der Hansestadt errichtet werden.